Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen beim Podcast Besser lesen mit dem Falter. Heute ist eine Autorin zu Gast, die Sie wahrscheinlich vor allem aus dem Internet kennen. Unter dem Künstlernamen Toxische Pommes stellt sie witzige, bissige und gesellschaftskritische Videos ins Netz. Notdürftig verkleidet spielt sie die verschiedensten Rollen. Vom Politiker bis zum Mann vom Balkan, aber auch die Bobo-Mama aus dem siebten Bezirk. Nun ist ihr erster Roman erschienen mit dem Titel Ein schönes Ausländerkind. Und darüber unterhalten wir uns heute. Ich freue mich sehr, wenn Sie dabei bleiben. Auf dem Cover sehen wir ein Lamm in einem sonnenfleckigen Licht. Die erste Frage, wie kommt dieses Lamm auf das Buchcover? Und die zweite Frage, die mir am Herzen liegt, ist das Lamm echt? Also das Lamm ist mir schon länger im Kopf herumgeschwirrt als eine Art von Cover-Idee, weil ich das Symbol irgendwie ganz schön finde und auch ganz passend zum Inhalt. Das Lamm lebt nicht mehr. Es ist seit 30 Jahren ungefähr tot. Also es ist ausgestopft. Nein, wir haben es nicht mitgenommen. Es steht im Waldviertel bei einem Tierpräparator, beim Gerhard Blabensteiner. Also für mich, also ich lasse da, ich werfe da gerne die Frage irgendwie auch immer ein bisschen zurück, was für die Frage an der Person das Lamm bedeutet. Für mich steht es ein bisschen für, eben einerseits, dass das Unschuld-Lamm, das vielleicht zum Sündenbock wird. Mir gefällt auch, dass eben, wie du gesagt hast, man sieht nicht sofort auf den ersten Blick, ob es tot oder lebendig ist. Es schaut sehr lebendig aus. Es hat keine Organe, es ist ausgestopft. Also es ist etwas morbider. Also ich dachte an, einerseits natürlich sofort an Opferlamm und das Zweite an dieses berühmte Hamelgrillen im Hof. Was heißt das? Da bist du wahrscheinlich zu jung. Es gab mal einen Spruch, ich glaube, es war FPÖ unter Haider, wo gesagt worden ist, dass es in Wien so viele Bezirke gibt, wo nicht mehr Schweinsbraten am Sonntag... Genau, wo nicht mehr Schweinebraten am Sonntag am Tisch geht, sondern im Hof werden die Hamel gebraten. Das war sozusagen das Synonym damals. Hamel, ich wüsste nicht mal, was Hamel heißt. Hamel ist das alte Lamm. Also der Lammvater. An das habe ich gedacht, aber da bist du zu jung zum Glück. Ich habe sofort diese Assoziation im Kopf gehabt. Eher spannend. Was mir auch noch irgendwie einfällt, oder was für mich auch noch eine Assoziation ist, ist der Begriff Lammfromm. Stimmt. Auch irgendwie, also es sind eher so Bilder, die das Cover für mich erzeugen soll oder auch erzeugt. Es ist auf jeden Fall, und das kann ich dir sagen, in den Buchhandlungen ein echter Hingucker. Also wenn das da so liegt, im Stapel, dann bleiben alle Leute stehen und schauen. Alle. Alle. Sogar die von auf der Straße kommen. Nein, aber die, die in der Buchhandlung sind, und da liegt es dann neben diesen ganzen anderen Covers, dann ist einfach was, was auffällt. Wir müssen das noch kurz beschreiben für die Hörerinnen, die es ja jetzt nicht sehen. Der Titel des Romans ist eben ein schönes Ausländerkind. Dieser Titel ist giftgrün geschrieben, dann eben das Lamm und darüber dein Künstlername, toxische Pommes. Wenn das Buch so in den Buchhandlungen auf den Tischen liegt, dann fällt es einfach total auf und es ruft Irritation hervor. Ich nehme an, das war beabsichtigt. Hattest du ein Mitspracherecht beim Cover oder hat der Verlag dir das vorgelegt oder wie ist das entstanden? Also wir haben eigentlich das Cover alleine gemacht. Der Verlag hat gesagt, die waren voll offen und also wir haben einen Vorschlag gebracht. Der Verlag hat das sozusagen genommen und hat das schlüssig gefunden. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise machen die Verlage die Vorschläge und du bist quasi mit einem fertigen Cover hingekommen. Genau, also Mohassad Al-Ani hat das Foto gemacht und wir haben eben gemeinsam das Motiv irgendwie und so die Inszenierung uns überlegt und das Foto wurde aufgenommen eben auch im Waldviertel, darum die Lichtflecken, also der Tierpräparator und ich halten dieses Leintuch. Das war alles ein bisschen schnell improvisiert, das Studio unter Anführungszeichen. Also es war einfach im Garten von einem Tierpräparator. Ja, das Buch beginnt mit einem Prolog, in dem die Ich-Erzählerin ein, sagen wir mal ein bisschen ein tristes Leben in einer österreichischen Behörde beschreibt. Es gibt so langweilige Arbeitsstunden, die sich wie Kaugummi dahinziehen und die Erzählerin fragt sich, wie und warum bin ich an diesem Punkt gelandet? Und das ist sozusagen der Prolog deines Buches. War der Prolog von Anfang an da oder war die Geschichte da und du hast dir gedacht, du brauchst noch eine Einleitung? Beides. Also ich würde nicht sagen, ich arbeite auch nicht von sozusagen ganz von A nach Z. Also ich habe mir zuerst natürlich irgendwie ein Konzept überlegt, einen roten Faden, eine Gliederung, wie ich die Szenen anordne, in welcher Reihenfolge und so weiter halt einfach sozusagen einen roten Faden überlegt und ich weiß gar nicht mehr was genau, was ich jetzt zuerst geschrieben habe, ob den Inhalt oder den Prolog, das weiß ich ehrlich gesagt genau nicht mehr. Ich glaube, irgendwie gemischt. Also der Prolog eröffnet für mich einfach diese Fragestellung, in der es eigentlich um die es in dem Buch geht, nämlich um die Frage, was jetzt Integration, was auch immer man darunter versteht, in Österreich kostet. Und zwar für eine Familie, für Beziehungen, die man pflegt, für sich selbst und so weiter. Das ist eigentlich die zentrale Frage. Das wirft uns quasi rein, also dieser sehr witzige Prolog, wo die Frau sich überlegt, sich unter ihrem Schreibtisch ein Zelt zu bauen und irgendwie ihre Arbeitsstunden damit füllt, Konsumgüter im Internet zu recherchieren und so weiter. Erzählst du uns ein bisschen was über die namenlose Protagonistin in deinem Buch? Also wo müssen wir die einordnen in der Geschichte? Genau, also das Buch wird aus der Perspektive einer namenlosen Protagonistin, wie du sagst, erzählt. Ein Kind, das mit ihrer Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich gekommen ist und eigentlich sehr stark ihren Vater beschreibt. Also ich sehe das Buch eigentlich eher als Porträt eines Vaters aus der Perspektive eines Kindes, weil ich, also der Grund auch, warum ich zum Beispiel jetzt nicht den Vater als Hauptprotagonisten oder eben aus seiner Perspektive das Buch erzählt habe, war in erster Linie deshalb, weil ich finde, dass Kinder auch ganz schön Absurditäten entlarven können, auch einen oft anderen oder ehrlicheren Blick auf die Welt haben, weil sie einfach noch nicht so sehr mit dem Konzept von vermeintlicher Normalität bekannt sind und genau, also die Perspektive fand ich da einfach interessant und ich wollte einfach ein bisschen die Entwicklung ihrer Beziehungsdynamik zu ihrem Vater erklären im Laufe ihrer Ankunft oder Integration in Österreich. Lass uns nochmal ein bisschen die Eckpfeiler festmachen. Wir reden von einem Kind, das im Alter von wie vielen Jahren ungefähr nach Österreich zieht, also Kleinkind oder Volksschule, bitte? 2, 3, 1, 2, 3, genau. Das heißt, es wird, als Baby wächst es in einem anderen Land auf und wird dann quasi verpflanzt mit den Eltern. Genau. Und landet in einer Stadt, wo die Eltern eigentlich gar nicht hinwollten. Das ist natürlich am Anfang des Buches ein bisschen eine Situationskomik, weil wir alle kennen Wiener Neustadt, wo die Familie landet. Man will nicht unbedingt in Wiener Neustadt leben, wenn man auch in Wien leben könnte. Warum denn Wiener Neustadt? Also so oft es ja ist, wenn man gezwungen ist, ein Land zu verlassen, weil zum Beispiel ein Krieg stattfindet, überlegt man sich ja meistens nicht, man setzt sich ja nicht hin mit einer Landkarte und überlegt sich, ah, da will ich hin oder da möchte ich hin, da ist das Sozialsystem besonders gut. Oder die Sehenswürdigkeiten sind so schön. Genau, also, sondern zumindest in meinem Fall und dem Fall der meisten Menschen, die ich kenne, führt eine Verkettung an zufälligen Umständen und Möglichkeiten einfach in ein bestimmtes Land. Und in unserem Fall war das so, dass wir eine Verwandte in Wiener Neustadt hatten. Also wir hätten aber genauso gut nach Chicago oder wo auch immer hinziehen können oder nach Schweden oder keine Ahnung was. Also da war nicht viel sozusagen Kalkül dahinter. Also die Situation war so, dass wir halt weg mussten, weg wollten. Und dann hat sich halt eben diese Gelegenheit ergeben und genau, und so ist es dann auch gekommen. Und ich glaube, das ist bei sehr vielen Menschen im Migrationshintergrund so. Darum ärgert es mich auch immer, wenn ich eben dieses Narrativ höre, von wegen, ah, die wollen genau dahin. Ja, keine Ahnung. Natürlich schließt man gewisse Länder auch aus, weil ich meine, ich weiß nicht. Man kommt gar nicht rein in gewisse Länder. Erstens, man kommt gar nicht rein in gewisse Länder. In manche Länder möchte man auch einfach nicht, weil vielleicht die Stabilität in dem Land halt ebenso gefährdet ist. Oder ja, also natürlich hat man noch gewisse Wünsche, aber in erster Linie ist man, glaube ich, von Pragmatismus und dem Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität geleitet. Ich kenne viele Fluchtgeschichten, die von so Absurditäten dann geprägt sind, wie, wo ist das Benzin ausgegangen und man hat keine Kohle mehr gehabt für Neues, dann strandet man da. Oder wo hat einen der Schlepper hingebracht oder in welcher Stadt ist man aus dem Zug geschmissen worden, zum Beispiel kenne ich auch. Genau. Das ist natürlich sehr spannend. Wir sollten vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und müssen jetzt eventuell davon ausgehen, dass dich vielleicht zwei oder drei Hörerinnen nicht kennen und nicht wissen, wer oder was toxische Pommes sind. Warum sollten sie? Weil man das weiß inzwischen in Österreich, wir haben ja auch viele, viele Hörerinnen aus Deutschland. Was machst du denn so, wenn du nicht Autorin bist und Interview gibst? Erzählst du uns kurz ein bisschen was über dich so biografisch und künstlerisch? Genau. Also ich bin eigentlich Juristin und habe dann in der Corona-Pandemie angefangen, satirische Kurzvideos zu machen auf diversen sozialen Medien, hauptsächlich auf Instagram und auf TikTok. Und genau, habe dann im Laufe dessen ein Kabarettprogramm geschrieben, Ketchup, Mayo und Ivar, mit dem ich aktuell noch auftrete. Und genau jetzt ein Buch. Und jetzt ein Buch, als Krönung sozusagen oder als Beginn einer großen Schriftstellerkarriere. Schauen wir mal. Schauen wir mal, okay. Du beschreibst im ersten Kapitel wie, also sehr eindrucksvoll und es ist mir auch sehr nahegegangen, wie Nachbarn, Verwandte und Freunde plötzlich, und du beschreibst das sehr schön, ich zitiere, zu Ethnien und Religionen geworden sind. Also Leute, die man kennt und mit denen man aufgewachsen ist, werden plötzlich zu Feinden, weil sie einer anderen Religion, einer Religion glauben, einer anderen Ethnie angehören. Und das ist ja bei Kriegen sehr oft so. Das ist ja nicht nur im ehemaligen Jugoslawien so gewesen, das ist ja leider sehr oft so. Plötzlich hassen sich Menschen, die vorher ganz friedlich nebeneinander gelebt haben. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht, des sogenannten Balkankriegs, das ist ja 30 Jahre her. Die jungen Österreicherinnen deiner Generation, für die ist das ganz weit weg. Also ich bin ja eine Generation älter, ich kann mich noch wahnsinnig gut daran erinnern. Für mich war das auch quasi ein Krieg vor meinen Toren, also vor dem Toren unseres Landes. Für die Generation, für deine Generation, also vor allem die Österreicherinnen, die Bio-Österreicherinnen, wie man so schön sagt, für die ist das so weit weg wie der Mauerfall oder der Zweite Weltkrieg, glaube ich. Ja, weil man das einfach nicht präsent hat. Man schaut das halt nach. Man hat es auch nicht drüber geredet. Man hat nicht drüber geredet, es ist auch nie aufgearbeitet worden. Und ich habe mir dann gedacht, siehst du es so ein bisschen als deine Aufgabe, den jungen Leuten, weil das ist ja auch dein Zielpublikum, zu erklären, dass Kroatien jetzt mehr ist als ein Urlaubsland mit Meer und Civape? Nein. Nein. Sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Ich glaube, mein Publikum ist auch nicht, also mein Publikum ist jetzt, ich weiß nicht, was du unter jung verstehst, so zu sagen. Jünger als ich. Ich weiß nicht, wie alt du bist. So jung wie du. Also ich habe ehrlich gesagt generell keinen Anspruch an Erziehungs- oder Belehrungs- oder wie auch immer Anspruch. Ich glaube, es sind einfach manche Geschichten, die ich mir vielleicht als Kind gewünscht hätte, zu lesen, schreibe, versuche ich jetzt einfach zu schreiben, sozusagen. Das ist vielleicht die Motivation. Du hast ja schon viele Lesungen jetzt auch aus dem Buch gehabt oder redest mit Leuten drüber. Aber ist dieser Jugoslawien-Krieb irgendwie präsent für Leute oder ist das schon? Also die Leute wissen, was da passiert ist und so weiter. Ja, ja. Also ich habe schon das Gefühl, darum war ich auch ein bisschen verwundert bei der Frage. Ich meine, wir haben in der Schule nicht sehr viel darüber gelernt. Ich wurde natürlich, also ich war halt der Jugo in der Klasse und dann hat der Geschichte gelernt und ich gemeint, hey, mach du doch ein Referat dazu. Jedenfalls haben wir in der Schule, finde ich, recht wenig darüber geredet, was ich irgendwie auch schade fand. Der Krieg ist schon präsent. Oder die Kriege, es sind ja mehrere Kriege gewesen. sind schon präsent, zumindest in der Diaspora. Ich glaube auch nicht, also nur zu dem, was du vorhin gesagt hast, es war jetzt auch nicht ganz so, dass alle, also es war nicht so, dass alle friedlich sozusagen nebeneinander gelebt haben und es hat sich über Nacht sozusagen, sind Feindlichkeiten, Feindseligkeiten entstanden, sondern dass das, also es gab viele, also es gab viele, viele Ungerechtigkeiten im ehemaligen Jugoslawien-Gruppen, die einfach als Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt worden sind. Natürlich sind bestimmte Konflikte und Spannungen dann auch noch verstärkt worden durch diverse Faktoren, durch nationalistische Politiker und so weiter, aber sozusagen, also die Spannungen, die Konflikte waren schon da, viele wurden halt begraben oder eben Menschen wurden begraben. Also die Konflikte waren da, nur das nur ganz kurz. Ja, das ist ja eigentlich quasi in jedem Land so, das könnte in Österreich genauso passieren, wenn wir jetzt in der Situation, es gibt sozusagen in jedem Land Gräben, Minderheiten, andere Volksgruppen und so weiter, also es ist eigentlich vorstellbar in jedem Land. Es ist halt trotzdem so, dass wir als Österreicherinnen, damals war für uns Jugoslawien halt einfach so, ja, ein riesen Urlaubsland, mit schöneren Gegenden und nicht so schönen Gegenden, aber das dann sozusagen, also für mich als Kind, ich habe das also mitgekriegt, wir sind immer nach Kroatien auf Urlaub gefahren und plötzlich war da Krieg und das ist als Österreicherin natürlich ein völlig anderer Zugang als du quasi, die da weggehen musstest als Baby. Das ist ja ein ganz anderer Zugang. Lass uns nochmal ein bisschen über den Titel reden. Das ist ja ein sehr witziger Titel, wo einem dann aber das Lachen natürlich auch ein bisschen im Hals stecken bleibt, weil in dem Augenblick, wo man darüber nachdenkt, was denn ein schönes Ausländerkind sein soll, impliziert der Titel natürlich auch, dass es natürlich auch hässliche Ausländerkinder gibt. Ja, was hast du damit bezweckt? Genau das, was du sagst. Super Frage. Also genau das ist die Intention des Titels. Ja. Und im Grunde geht es ja auch darum, in dem Buch ein bisschen um die Frage, was sind gute Ausländer, was sind schlechte Ausländer? Unter Anfangszeichen natürlich. Genau darum auch der Titel. Und ich wurde auch zum Beispiel immer wieder so bezeichnet als schönes Ausländerkind, weil ich blond war und blaue Augen hatte. Ich wurde für mein Aussehen gelobt, dass ich gar nicht aussehe wie ein Ausländer. Also natürlich ganz seltsame und eigentlich sehr abwertende Komplimente. Ich war zum Beispiel, mir ist eingefallen beim Lesen, ich war mal mit einer Freundin, die kommt aus Somalia in Salzburg und sie hat plötzlich die ganze Zeit Englisch gesprochen mit den Leuten dort. Dann habe ich gefragt, warum sie die ganze Zeit Englisch spricht, weil sie kann ja eigentlich auch Deutsch. Dann hat sie gesagt, naja, wenn sie Englisch spricht, dann wird sie als coole Touristin eingestuft und nicht als Asylwerberin. Und es war so arg, wie sie es hatte, aber sie hatte natürlich recht. Alle waren freundlich, weil sie war die Touristin. Genau. Wie hast du schon angedeutet, in deinem Buch geht es um dieses schöne Ausländerkind, aber eigentlich ist die Hauptfigur im Buch der Vater des Kindes. Für mich auch wirklich der Held in diesem Buch. Also ich liebe diesen Vater, ich würde ihn am liebsten gerne kennenlernen. Magst du uns ein bisschen was über den Vater im Buch erzählen? Lustig, das freut mich, dass du das sagst, dass du ihn positiv sozusagen wahrgenommen hast. Die Figur hat mir wahnsinnig viel erklärt. Also wir können dann gerne später noch drüber reden, aber für mich hat diese Figur sehr, sehr viel auf den Punkt gebracht, über das man nachdenkt, wenn man über Integration nachdenkt. Aber wie gesagt, das freut mich voll, weil ich die Sorge hatte, dass es genau, dass die Figur großteils anders verstanden wird beziehungsweise eben negativ interpretiert wird, als Bestätigung für bestehende, diskriminierende Narrative eigentlich gesehen wird. Darum freut mich das. Genau, ja, der Vater ist, wie gesagt, die Hauptfigur oder eigentlich so die Motivation, das Buch zu schreiben gewesen, weil ich eine Geschichte einer gescheiterten Integration erzählen wollte, weil gleichzeitig eigentlich mit der Geschichte einer erfolgreichen Integration, die halt miteinander verzahnt sind, sozusagen das eine hätte wahrscheinlich nicht ohne dem anderen bestanden, weil ich auch ein bisschen das Narrativ satt habe. Die Ausländer, die herkommen, die müssen nur genug arbeiten, dann werden sie angenommen vom Tellerwäscher zum Millionär. So ist es ja eine ähnliche Geschichte eigentlich im Kern. Und ich wollte mal auch eine andere Geschichte erzählen und auch zeigen, dass an sich durch Leistung man sich nicht integriert in Österreich beziehungsweise dass Integration auch nicht nur Aufgabe der Migrantin oder des Migranten ist, sondern auch die Gesellschaft, die Menschen integrieren sollte in ihre Mitte. Die Geschichte handelt eigentlich zentral von ihm, wie er nach Österreich kommt, wie er eigentlich sehr qualifiziert wäre, studiert hat, also einen Abschluss hat und eigentlich auch einen Job hatte in Kroatien und dann in Österreich allerdings keine Arbeitserlaubnis bekommt, sein Studium nicht anerkennen lassen kann und sozial vereinsamt eigentlich letztlich und sich auch von sich selbst im letzten Schritt auch irgendwann fremdet und von seiner Familie. Ja, genau. Also das ist eigentlich die zentrale Geschichte. Also die Geschichte ist definitiv keine Erfolgsgeschichte, denn er ist eben genau der Ausländer, der immer als Negativbeispiel herhalten muss. Also der Prototyp dieses er arbeitet nicht, er spricht die Sprache nicht oder auch nach vielen Jahren nur gebrochen. Er lebt eigentlich im Herzen immer in seiner alten Heimat, geht aber auch nicht zurück und ist hier nicht so richtig angekommen. Er ist eigentlich heimatlos, genau. Weil er ist ja auch nicht in der alten Heimat, ist er auch nicht zu Hause. Jedes Land entwickelt sich weiter, die Sprache entwickelt sich weiter, die Leute entwickeln sich weiter. Man sitzt zwischen den Stühlen eigentlich. Und für das Kind ist natürlich die Situation und das fand ich dann sozusagen das, wo ich vorher gesagt habe, ich fand diese Vaterfigur so spannend. Jedes Kind hat mehr oder weniger die Entwicklung, dass es am Anfang die Eltern toll findet. Das sind sozusagen die Heroes, egal wie die sind, egal was die tun, das ist eigentlich immer großartig. Irgendwann kippt es dann meistens in der Pubertät. Das ist ganz normal. Dann findet man die Eltern blöd, peinlich, scheiße. In dem Fall deines Buches ist es natürlich noch mal extremer, weil das Kind sich quasi konträr zum Vater entwickelt. Darüber wollte ich gerne mit dir noch reden. Das Kind ist überintegriert, sage ich jetzt einmal, wenn es ein blödes Wort, aber das Kind ist sozusagen, spricht die Sprache perfekt, ist in der Schule großartig. Und irgendwann kippt dann die Beziehung zum Vater. Vielleicht magst du da noch kurz darüber reden. Ja, ich glaube auch, das bis zu einem gewissen Grad gehört zur Pubertät und zur Abkapselung von der Familie natürlich auch dazu, dass man die Eltern bis zu einem gewissen Grad verleugnet oder eben sich von ihnen eben abgrenzen möchte, sie peinlich findet und so weiter. Ich glaube nur, dass zu diesem normalen Prozess, glaube ich, was auch immer normal heißt, aber eben zu diesem recht normalen Prozess, in diesem Fall noch was dazukommt, nämlich dass sich das Kind, die Protagonistin, sozusagen dafür schämt, dass ihr Vater einfach nicht in Österreich angekommen ist, dass er eben die Sprache nicht spricht. Also da kommt noch sozusagen nicht nur die normale zwischenmenschliche Scham in der Familie dazu, sondern auch die ganze Scham der Gesellschaft, weil die ganze Gesellschaft schämt sich ja für solche Menschen. Die Gesellschaft möchte solche Menschen nicht, also die Mehrheitsgesellschaft in Österreich möchte solche Menschen eigentlich nicht in ihrem Land haben. Und das unterstelle ich jetzt einmal ehrlich gesagt allen. Und ich glaube, das ist sozusagen, das kommt noch dazu, weil die Protagonistin möchte natürlich zur Mehrheitsgesellschaft dazugehören und möchte ihre Eltern auch sozusagen von sich weisen, wenn sie, oder ihren Vater vor allem von sich weisen, wenn der Mehrheitsgesellschaft sozusagen nicht gefällt. Und wenn er da auch nicht mitspielen kann einfach, weil es den ganzen, von Elternsprechtag bis Schulausflug, bis ich weiß nicht was, einfach sozusagen nicht dazugehört und das Kind sich deswegen auch nicht dazugehörig fühlt. Da haben wir gleich eine kleine Überleitung. Ein großes Thema in deinem Buch ist natürlich der Vater, aber aus der Kinderperspektive ist es die Schule des Kindes. Wenn man das liest, da zerreißt seinem das Herz noch dazu, wenn man als mit offenen Augen durch diese Gesellschaft geht, weil man weiß, der eine Geschichte ist in der Vergangenheit angesiedelt, aber es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ein Kind kann lesen und schreiben, geht voller Eifer in die erste Klasse, kann vorher schon lesen und schreiben, ist hochambitioniert und irgendwann merkt es dann aber trotzdem, dass es anders ist als die Kinder in der Klasse. Was macht das mit einem Kind? Entweder es wird widerständig oder es gibt auf, oder? Ja, das Kind versucht halt eigentlich sich weiter anzupassen und versucht eben überall hervorragend zu sein. Es muss eigentlich immer besser sein als die als die autochtonen österreichischer Kinder. Genau, also das ist auch glaube ich kein kein Geheimnis, das sieht man ja auch schön bei, eben bei dem ganzen Narrativ von wegen Integration durch Leistung und die Staatsbürgerschaft muss man sich erarbeiten und dafür muss man schon was ganz Tolles leisten. Also für etwas, was manche Menschen einfach nur zufällig durch ihren Geburtsort eigentlich geschenkt bekommen, weil ihre Eltern vielleicht auch schon zufällig hier auf die Welt gekommen sind. Also das kann man natürlich alles, also man kann sich natürlich auch die Frage stellen, warum müssen autochtonen Österreicher ihnen nichts dafür machen, dass sie hier leben. Genau, aber die Frage, was macht das mit einem Kind? Ja, ich glaube es hängt vom Charakter des Kindes einfach ab, was man damit macht. Ich glaube ganz viele, ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen, ich glaube viele resignieren, eben wie du sagst, viele werden sicher auch, ja, wütend oder wie auch immer und widerspenstig. Ich glaube das hängt ganz stark vom Charakter, von der Sozialisierung und so weiter ab. Aber es macht auf jeden Fall was mit einem Kind, weil es ist ein Gefühl von unfair Behandlung und ich glaube das mag niemand von uns, also sich unfair behandelt zu fühlen, macht halt was mit einem Menschen. Ich habe mit meiner syrischen Freundin ein bisschen für diese Staatsbürgerschaftsprüfung mitgelernt, also ich wäre komplett durchgefallen, ich hätte es nicht geschafft, von wegen die Österreicher sollten das auch mal machen. Sie hat es natürlich mit Bravour geschafft, aber hat sich dann immer bei mich lustig gemacht, weil ich viele Fragen nicht beantworten konnte. Zum Thema Schule, du stehst da in einer guten Tradition oder das Buch steht in einer guten Tradition mit Expertinnen, mit Bildungsforscherinnen, die dafür plädieren, dass Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt eben als Bereicherung und als Chance zu sehen wäre und da gibt es eine sehr schöne Stelle in deinem Buch. Es gibt da noch einen anderen Ausländer in der Klasse, der aber halt ein guter Ausländer ist, weil er eine andere Sprache spricht und ich habe dann so darüber nachgedacht, es gibt Menschen, die geben ganz viel Geld dafür aus, dass sie ihr Kind in die Vienna International School geben können, weil da so viele Sprachen gesprochen werden und dann gibt es eben Schulen, wo die Kinder auch sechs oder sieben verschiedene Sprachen sprechen, nur sind das halt nicht die guten Sprachen, also nicht die Sprachen, die wir wollen. Keiner will da hingehen. Das Kind spürt diesen Unterschied auch. Glaubst du, dass es sich irgendwann mal ändern wird? Hoffentlich. Ich hoffe. Also vielleicht erzählst du uns mal kurz über das zweite Ausländerkind in der Klasse, weil das finde ich war eine echte Stößelszene im Buch. Ja, genau. Also es gibt definitiv Ungleichbehandlungen zwischen den Sprachen. Ich glaube, wenn eine weiße Person Französisch spricht, findet das jeder toll. Großartig. Dann ist es auch nicht zu schlimm, wenn ich nicht gut Deutsch kann. Also es gibt natürlich voll viel Abstufungen. Wenn eine schwarze Person Französisch spricht, ist das dann wieder eine andere Geschichte. Genau, also da gibt es, ich glaube, da vermischen sich ganz viele Ebenen und Diskriminierung sozusagen miteinander. Das ist ja auch zum Beispiel, was ich auch ganz interessant finde, bei Arabisch, wenn das zum Beispiel sehr gebildete Menschen dann irgendwann beschließen, sie lernen jetzt Arabisch. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, ein Maximilian aus dem 19. Bezirk irgendwie zum Beispiel beschließt, er lernt das jetzt, dann ist das natürlich was Tolles. Aber wenn jetzt eben ein Mensch aus Syrien Arabisch spricht, dann ist das halt, ja, dann ist das vielleicht nicht so toll wie beim Maximilian aus dem 19. Bezirk. Also ich habe jetzt ein Beispiel, das klingt, wenn ich es mir ausgedacht hätte, aber ich kenne jemanden, einen alten Herrn, der lernt Arabisch, weil er das gerne lernen möchte, aber er sagt gleichzeitig, er kann nicht mit der U6 fahren, weil da sind so viele Ausländer. Das ist kein Witz, das stimmt wirklich. Und das ist so absurd, das ist genau das, was du sagst, ja. Ja, das vermischen sich, glaube ich, auch, also eben, ich glaube, da kommt auch Klassismus ins Spiel, auch ganz verschiedene Diskriminierungsformen. Ich arbeite in einer Buchhandlung, wie du weißt, und deswegen weiß ich auch immer, was gerne gekauft wird und was Themen sind in Buchhandlungen. und was wirklich oft Themen sind, sind Bücher über sogenannte generationsübergreifende Traumata. Also sprich, meine Oma hat etwas Schlimmes erlebt und ich weiß es zwar gar nicht, aber es ist irgendwie in meiner DNA drinnen und deswegen verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte. Und darüber musste ich die ganze Zeit nachdenken, weil von den Ausländerkindern, unter Anführungszeichen, natürlich wird ja natürlich erwartet, dass sie sich anpassen, dass sie brav sind, dass sie die Sprache lernen und so weiter. Was die aber für Gepäck, wenn man jetzt das ernst nimmt mit diesen generationsübergreifenden Traumata, was die für Gepäck in ihrem Rucksack haben, die kriegen keine Psychologenstunden bezahlt oder kriegen sozusagen Beratung. Die Eltern, gerade in dem Fall von diesem Kind, die haben in einer schönen Stadt am Meer gelebt mit zwei guten Jobs, einem guten sozialen Umfeld und jetzt sitzen sie vor dem Nichts und das Kind trägt diese Geschichte ja mit. Das ist doch total ungerecht, oder? Also ein, diese, du spürst als Kind, wenn du in Österreich eine Fluchtgeschichte hast, auch wenn du ein Baby warst oder sogar wenn du hier geboren bist, du hast die Geschichte deiner Eltern oder deiner Großeltern ja mit. Ja, aber ich glaube, so geht es uns doch allen, oder? Wer weiß, was unsere Urgroßmütter alles erlebt haben. und, also, oder halt. aber die Österreicher oder die Deutschen schreiben seitenweise Bücher drüber über ihre Kriegsenkel-Traumata und gehen jahrelang in Therapie, um irgendwie zu überwinden, dass die, dass der Großvater bei der Wehrmacht war. Nein, ich sage das jetzt so. Was für ein Trauma. Natürlich ist es ein, ja, aber weißt du, und das meine ich. Und dann gibt es aber sozusagen Familien, die sind übers Mittelmeer hierher gekommen, haben die Kinder als Babys mitgehabt und niemand, es interessiert niemanden. Die sollen sich einfach anpassen. Ja, wobei ich denke mir da auch eben, da spielt halt auch natürlich nochmal der sozioökonomische Hintergrund mit, die, das Bewusstsein für psychische, mentale Gesundheit und dass das eben wichtig ist und dass das Menschen prägen kann, Erfahrungen, die man vielleicht auch nur peripher mitbekommen hat, die man vielleicht nur mitbekommen hat durch Erzählungen, durch die Eltern, durch die Großeltern, wie auch immer. Ich glaube, in dem ganzen System gibt es ganz, ganz viele Abstufungen. Was mir schon auffällt, ich glaube, ich glaube, für Gefühle muss man Zeit haben. Ich glaube, für Bedürfnisse muss man Zeit haben und mit Zeit meine ich jetzt nicht nur Zeit im engsten Sinne, sondern auch Raum, Kapazitäten und so weiter. Und ich glaube, jede Form von Migration ist ein Einschnitt, ein radikaler Einschnitt, in dem eben vielleicht nicht viel Zeit bleibt für Gefühle und Bedürfnisse und irgendwann sind die dann noch vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dann zieht man sie mit, dann begräbt man sich sozusagen und sie verfolgen einen vielleicht weiter. Und das betrifft jetzt, glaube ich, nicht nur Migration, das betrifft ganz viele Erlebnisse, die einfach einschneidend sind. Und wie gesagt, darum tue ich mir ein bisschen schwer, dass sozusagen auch Migrantinnen als Sondergruppe vielleicht, oder jetzt nur über Migrantinnen zu sprechen. und ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Menschen auch. Eine letzte Frage habe ich noch, die sich natürlich aufdrängt, die du wahrscheinlich auch schon tausendmal beantwortet hast. Ich stelle sie trotzdem. Es ist ein Roman, es steht auch Roman drauf, es ist ein Roman, der quasi die Eckpunkte des Lebens hat. Das kann man überall nachlesen. Du bezeichnest ihn trotzdem als Roman natürlich. Es ist ein autofiktionaler Roman, das heißt ein Roman, wo du Sachen, die sozusagen in deiner Familie vorkommen, einfach literarisch ausgeschlachtet, ausgestaltet, verändert hast und so weiter. Eine Frage, die sich beim Lesen natürlich trotzdem aufdrängt, wie schaffst du es, so eine Geschichte zu schreiben, ohne die ganze Zeit dabei zum Beispiel an deine Eltern zu denken? Haben deine Eltern das gelesen? Finden deine Eltern es gut? Hättest du es nicht veröffentlicht, wenn deine Eltern gesagt hätten, das ist alles scheiße, das kannst du nicht schreiben? Ja, hätte ich nicht gemacht. Also wenn, wie gesagt, die Figuren sind angelehnt an reale Familienmitglieder und wenn jetzt jemand gesagt hätte, er fühlt sich ein Stelz, dann hätte ich das nicht veröffentlicht. Also ich habe da auch sehr viel mit meiner Mutter darüber gesprochen im Vorhinein. Meinen Vater lese ich das Buch jetzt immer wieder noch an den Wochenenden, wenn wir uns sehen, quasi mache Simultanübersetzungen und genau, also ich habe da meine Familie eingebunden, hätte das auch nicht veröffentlicht, wenn die gesagt hätten, nein, das passt nicht irgendwie oder das, beziehungsweise eben, ich habe auch Feedback von ihnen einfach angenommen, gewisse Dinge dann vielleicht noch stärker verändert oder wie auch immer, wie ich versuche, nicht an meine Eltern zu denken oder nicht an meine Familie zu denken. Ich weiß, ich finde, sobald man sich irgendwie länger mit Charakteren irgendwie beschäftigt, dann entwickeln die auch ein bisschen so ein Eigenleben, eine Eigendynamik, man versetzt sich in sie hinein, man interpretiert Dinge vielleicht in sie hinein, also irgendwo ist in jedem Charakter auch etwas vom Autor, von der Autorin drinnen, klarerweise, weil man kann halt nur mit den Grenzen seines eigenen Hirns denken. Genau, also die haben definitiv ein Eigenleben entwickelt und ich habe auch versucht, bewusst jetzt irgendwie sie als Charaktere aus dem Buch zu betrachten. Ich habe Gespräche mit meiner Familie geführt, aber jetzt auch nicht zu viele, weil ich auch sehr stark mit meiner eigenen Erinnerung arbeiten wollte und mit meinen Gefühlen, die ich mit den Erinnerungen in Verbindung bringe. Das ist ja das Tolle am Schreiben, oder? Dass du sozusagen reale Figuren hast, die du mal als Ausgangspunkt hast und dann werden die so selbstständig, dass du dann selber gar nicht mehr weißt, wo kommt der eigentlich her. Genau, man spielt Gott. Das ist ein schönes Schlusswort. Man spielt Gott ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke für das Gespräch. Danke auch. Ich freue mich auf das nächste Buch. Ich auch. Und bevor Toxische Pommes uns eine kurze Stelle aus ihrem Roman Ein schönes Ausländerkind vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn. Ich schreibe für den täglichen Falter-Morgen-Newsletter. Ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste heißt Unser Schwert ist Liebe von Gilda Sahibi. Erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. Dieses Buch ist so wichtig, dass Sie es lesen müssen und gleichzeitig so erschütternd, dass Sie es vielleicht nicht in einem Aufwaschen schaffen. Gilda Sahibi steht mit vielen Menschen im Iran in engen Kontakt. Und genau ihre Stimmen und Erlebnisse hat sie auf diesen Seiten aufgeschrieben. Was im Iran geschieht, ist feministische Weltgeschichte, sagt sie. Und sie hat recht. Ein kurzer Rückblick. Im September 2022 brechen im ganzen Land Proteste gegen das autoritäre Regime aus. Frauen trugen demonstrativ keine Kopftücher mehr und schnitten sich vor laufender Kamera die Haare ab. Es war die Reaktion auf den Tod von Gina Masha Amini. Sie wurde von Sittenwächtern so lange drangsaliert, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig aufhatte, dass sie schließlich starb. Gilda Sahibi holt nun viele dieser Frauen im Iran in ihrem Buch vor den Vorhang. Frauen wie zum Beispiel die Anwältin Shirin Ebadi. Seit Jahrzehnten vertritt die Frau liberale Personen und Dissidenten vor der iranischen Justiz und rettet sie damit vor langen Gefängnisstrafen oder gar einer Steinigung. Zeitweise saß sie deswegen selbst im Gefängnis oder erhielt Berufsverbote. Die Autorin erzählt auch von ihren eigenen Kindheitserinnerungen. Sie ist selbst Iranerin und hat eine große Familie in dem Land. Sie zeichnet damit ein umfassendes Bild der feministischen Revolution derzeit bis hin über die lange Geschichte der Unterdrückung. Der Titel des Buches stammt übrigens von einem bekannten Rapper. Er singt über den Iran Das ist ein Schlachtfeld. Unser Schwert ist Liebe. Das zweite Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe, heißt Landkrank. Geschrieben hat es Nikolai Schulz. Erschienen ist es im SV Verlag. Dieses Buch könnte kaum aktueller sein und kaum besser die Stimmung einer ganzen Generation treffen. Schulz gilt als große Hoffnung der Soziologie und über sein Erstlingswerk sagte der Philosoph Slavoj Sicek, wenn uns ein Buch zum dringend notwendigen ökologischen Engagement mobilisieren kann, dann dieses. Aber bevor jetzt schon die Lorbeeren gelegt werden, Schulz klingt so. Hitzewelle in Paris. Nachts liegen die Menschen schlaflos in verschwitzten T-Shirts unter ihren Zinkdächern. Soll man nicht besser die Klimaanlage anschalten oder macht das alles noch schlimmer? Und was ist eigentlich mit dem billigen T-Shirt, das über tausende Kilometer nach Europa geschafft wurde? Der Autor bekommt Panik, will den Temperaturen und seinem schlechten Gewissen entfliehen. Er macht sich auf nach Porcaroll. Doch auch die Insel ist nicht länger unberührt, sondern ein überlaufendes Touristenziel. Im Sommer ist das Wasser knapp. Die ikonische Plage d'Auchon wird von den Einheimischen nur noch Bakterienstrand genannt. Wie in einem Prozess der umgekehrten Alchemie wird aus Schönheit Schmutz, aus Silber Dreck. Schulz' Erlebnisse und Begegnungen werfen existenzielle Fragen auf. Nach der Verantwortung jeder und jedes Einzelnen, nach ethischer und ökologischer Orientierung und er wählt dabei bewusst eine Zahl und auch keine Daten zum Klima. Er erzählt nur aus dem Ich. Seine Antworten sind dabei nicht immer tröstend, im Gegenteil. Aber er findet Einsichten und einen Ton, der ihn zur Stimme einer ganzen Generation machen könnte. Vielleicht der letzten. Vielen Dank für die Tipps und nun hören wir toxische Pommes mit einer kurzen Stelle aus dem Buch Ein schönes Ausländerkind erschienen im Schollner Verlag. Mein Vater erhielt nie seine Arbeitserlaubnis. Da angeblich zu viele Ausländer da waren, die den Österreichern ihre Jobs wegnahmen, blieb ihm nichts anderes übrig, als der faule Ausländer zu werden, der nicht arbeiten wollte. Und so wurde er versehentlich zum Hausmann und zum Feministen. Als ich zum Studieren nach Wien zog, erklärten mir meine neuen Freundinnen, wie feministisch und modern sie das nicht fanden. Doch damals starrten uns alle an, wenn mich mein Vater vom Kindergarten oder von der Schule abholte. Wenn ich Freunde zu Besuch hatte, wirkten sie amüsiert bis verstört, dass er bunte Obstteller zwischen unseren Mahlblöcken abstellte oder Spaghetti Bolognese für uns kochte, wenn wir vom Spielen erschöpft und hungrig waren. Doch am allerschlimmsten waren ihre Eltern, vor allem die Mütter. Wenn ich bei Freunden zu Besuch war, versuchte ich deshalb auch stets zu vermeiden, mit ihnen alleine in einem Zimmer zu sein. Dass die meisten von ihnen selbst Hausfrauen waren, schien sie nämlich nicht davon abzuhalten, mich über meinen Vater auszufragen. Was mache er den ganzen Tag über so zu Hause? War ihm nicht langweilig? Wollte er sich nicht einen Job suchen? Und warum sprach er eigentlich kein Deutsch? So unwohl ich mich bei diesen Fragen auch fühlte. Wenn ich ganz ehrlich zu mir war, freute ich mich insgeheim darüber, dass mein Vater keinen Job hatte. Er war mein bester Freund und ich glaube, ich war auch seiner. Daher nannte ich ihn noch nie Papa, sondern immer nur bei seinem Vornamen. Er wiederum sprach mich ausschließlich mit Sine an, was übersetzt Sohn bedeutet. Am Balkan ist es zwar völlig normal, alle Kinder so zu nennen, ganz egal, welches Geschlecht sie haben. Nichtsdestotrotz konnte ich es nicht lassen, mich immer wieder zu fragen, ob sich mein Vater nicht insgeheim doch einen Sohn gewünscht hätte. Als ich ihm diese Frage immer stellte, antwortete er jedoch nur mit Das heißt, ich hätte dich gar nicht erst aus meinen Eiern lassen sollen. Damit war die Sache geklärt. Das war's mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Toxische Pommes mit ihrem Debütroman Ein schönes Ausländerkind erschienen bei Schollnay. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren und bewerten. Entweder bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Informationen zu den Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Wenn Sie die Bücher kaufen wollen, dann tun Sie das am besten in einer Buchhandlung. Die Technik wurde betreut von Miriam Hübel. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.